Wir haben heute mal wieder coronabedingt in der Aula der Universität Heidelberg getagt. Für mich ein ganz wichtiger Punkt war die letzte Haushaltsrede unseres Bürgermeisters für Finanzen, Herrn Heiß. Er wurde auch mit Standing Ovations verabschiedet. Das lag nicht so sehr im Inhalt seiner Rede, sondern er hat einen Schuldenberg angekündigt, der in den nächsten Jahren sich dramatisch anhäufen wird, sondern es ging einfach darum, dass er in absehbarer Zeit in Ruhestand geht und in zwei Jahren keinen Doppelhaushalt mehr durchfechten muss. Deshalb an dieser Stelle auch noch mal ganz ganz herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit und ich hoffe, dass wir einen ähnlich kompetenten Nachfolger bekommen. Zum Schuldenstand ist es natürlich tatsächlich dramatisch und wir können nur hoffen, dass die Corona-Folgen doch schneller abgemildert werden, als dies derzeit ausschaut, damit die Wirtschaft wieder so gut funktioniert und mehr Gewerbesteuern in die Taschen der Stadt Heidelberg spült. Ob das klappt, ist noch die Frage. Noch ein kurzer zweiter Punkt, den ich ganz wichtig fand. Es geht um die Erweiterung des Marriott Hotels. Da gab es ja eine Info über die Zeitung, über die Rhein-Neckar-Zeitung. Da habe ich das zum Beispiel erst erfahren, dass der Oberbürgermeister sich da eventuell umentscheiden wird und ich rege nur an, mal zu prüfen, um tatsächlich den Hotelmarkt in Heidelberg zu entlasten, ob man nicht Hotels, die jetzt in die Insolvenz gehen, in Studentenwohnheime umwidmen könnte. Ich denke, es ist ohne großen finanziellen Investitionsaufwand möglich und es gibt ja auch andere Beispiele in der Bahnstadt beispielsweise, wo solche Studentenwohnheime privat organisiert gut funktionieren und das würde tatsächlich den Hotelmarkt in Heidelberg entlasten. Vielen Dank.